Hallo und herzlich Willkommen bei den Glücksfälschen. Hier zeigen wir euch den hübschen Blake. Der süße Mann sucht ein tolles Zuhause, wo ihn Menschen lieb haben und ihm zeigen, dass er wieder vertrauen kann und dass er keine Angst haben braucht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn er erst mal Vertrauen gefasst hat, wird er der beste Freund an eurer Seite sein. Er möchte einfach ein Zuhause, wo er geliebt wird und wo er das Welpen-ABC lernen darf. Hat Blake euer Herz erobert und ihr wollt ihm ein liebevolles Zuhause geben? Dann meldet euch bei uns. Blake freut sich sehr auf euch.